Hey Leute, ich bin der Domi, andere nennen sowas wie mich, Kondom, aber das ist mir zu unpersönlich, deswegen bitte, für euch YouTuber, bin ich Domi, danke. So, und jetzt erzähl ich euch mal was aus meinem Leben, als Kondom, sorry, Domi. Fritzchen fragt seine Oma, Oma was ist dein Wichser? Sagt die Oma, sag ich dir, wenn wir zu Hause sind. Fritzchen fragt wieder, Oma was ist ein Kondom? Die Oma antwortet, sag ich dir, wenn wir zu Hause sind. Fritzchen fragt noch einmal, Oma was ist ein Puff? Die Oma sagt, sag ich dir, wenn wir zu Hause sind. Zu Hause angekommen sagt die Oma, also der Wichser ist der Busfahrer, das Kondom die Fahrkarte und der Puff die nächste Haltestelle. Am nächsten Tag steigt Fritzchen in den Bus und sagt zum Busfahrer, hey du Wichser, gib mir mal ein Kondom und fahr mich zum nächsten Bus.